Wird Zeit für Gefahr, Zeit für Action, Zeit für Doktorsohn? Chronologische Zeit ist von kleiner Bedeutung, fragt man Doktorsohn. Er hat ein Bein in der Zukunft und eins in alter Zeit, doch wieso hat er die Hand aus dem Geschenk hier noch nicht befreit? Das ist Doktorsohn, ja hier kommt Doktorsohn.